Eines der größten Haarprobleme überhaupt sind trockene Haare. Aber warum bekommt man eigentlich trockene Haare und was kann man dagegen machen? All das in dem heutigen Video. Egal ob lange Haare, kurze Haare, lockige Haare oder glatte Haare, trockene Haare kann jedem treffen, egal welchen Haartyp man hat. Aber man hat natürlich absolut gar keine Lust auf trockene Haare, denn man möchte seine Haare natürlich nicht ständig abschneiden. Wenn die Haare nämlich trocken werden, kann es nämlich auch sein, dass die Haare kaputt gehen und dass man sie dann schlussendlich abschneiden muss. Aus dem Grund ist man natürlich immer auf der Suche nach langfristigen Lösungen. Und in diesem Video spreche ich heute über die häufigsten Gründe, warum man eigentlich trockene Haare bekommt und gebe euch auch gleichzeitig noch ein paar Tipps beziehungsweise ein paar Lösungen mit auf den Weg, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Der erste Grund für trockene Haare ist ein zu häufiges Shampoonieren. Denn wenn du dir die Haare zu oft mit Shampoo wäscht, dann wäschst du dir halt alle natürlichen Öle und Fette, die sowieso dein Körper von Haus aus produziert, einfach aus deinen Haaren heraus. Das bedeutet, dass im Umkehrschluss deine Haare halt möglicherweise trocken werden und deine Kopfhaut trocken wird. Denn der Körper produziert halt eigene Öle und körpereigene Fette und dadurch werden die Haare halt mit Feuchtigkeit versorgt. Und wenn du genau diese Öle und wichtigen Nährstoffe jeden Tag mit Shampoo rauswäscht, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass deine Kopfhaut als auch deine Haare trocken werden. Und jetzt kommen ganz viele von euch wahrscheinlich um die Ecke und fragen, hey Daniel, ich habe doch jeden Tag Haarstyling-Produkt in meinem Haar. Wie soll ich das machen? Ich muss doch das Haarstyling-Produkt irgendwie aus meinen Haaren herauswaschen. Ja, kannst du auch. Denn jedes Haarstyling-Produkt, beziehungsweise jedes gute Haarstyling-Produkt sollte eigentlich mit lauwarmen Wasser komplett aus deinen Haaren herausgewaschen werden können. Wenn ihr eure Haare dann aber mit Shampoo wascht, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht zu viel benutzt. Wenn ihr nach dem Credo geht, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das gilt sowohl für die Shampoo-Menge als auch für das Waschen an sich. Heißt, wenn ihr euch eure Haare alle zwei bis drei Tage mit Shampoo wascht, das reicht vollkommen aus. Und zu guter Letzt, Leute, solltet ihr natürlich auch darauf achten, was für ein Shampoo ihr verwendet, nutzt auf jeden Fall ein gutes Shampoo mit hochwertigen Inhaltsstoffen und selbstverständlich verlinkt euch natürlich auch ein paar Produkte unten in der Infobox. Zweiter Grund für trockene Haare ist keine oder schlechte Haarpflege. Trockene Haare benötigen einfach besonders viel Pflege und da muss man einfach wirklich besonders vorsichtig mit umgehen. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn meine Haare sind sowieso von Haus aus sehr trocken und die brauchen einfach gute Haarpflege. Wenn ihr keine Haarpflege habt oder eine schlechte Haarpflege oder schlechte Haarpflegeprodukte, dann kann das Ganze nämlich kontraproduktiv sein. Denn eine gute Haarpflege ist einfach unerlässlich, wenn man gegen trockene Haare ankämpfen möchte und deshalb bin ich super froh, dass wir die Grundlage geschaffen haben mit unserer Marke Winsk und einfach richtig starke Haarpflegeprodukte am Start haben, die einfach gegen trockene Haare helfen. Was meine ich damit konkret? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, ein Arganöl oder ein Haaröl in deine Haarpflegeroutine zu integrieren, um deine Haarspitzen gerade richtig gut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Oder auch einen Conditioner verhäuft zu verwenden oder regelmäßig zu verwenden und den vielleicht auch länger in deinen Haaren drin zu lassen, macht auch einen riesengroßen Unterschied. Wenn du nämlich dem Conditioner nach dem Waschen, also nur mit Wasser waschen, in deinen Haaren einarbeitest und einfach etwas länger drin bleibt, dann hat der einfach eine noch bessere Pflegewirkung. Und vor allem solltest du natürlich auch deine Haare beobachten. Wenn du zum Beispiel verschiedene Haarpflegeprodukte auswählst, wie verhalten sich deine Haare? Denn jedes Haar ist unterschiedlich. Der eine hat lockige Haare, der andere hat glatte Haare, der andere hat wellige Haare. Du solltest auf jeden Fall immer deine Haare beobachten, wie deine Haare auf die Verwendung von Haarpflegeprodukten reagieren und danach halt dementsprechend auch entscheiden. Wenn du allerdings wirklich von Haus aus zum Beispiel wie ich sehr trockene Haare hast, dann empfehle ich dir auch auf jeden Fall in deine Haarpflegeroutine eine Haarmaske zu integrieren. Eine Haarmaske musst du natürlich nicht jeden Tag verwenden. Wenn du eine Haarmaske alle zwei bis drei Wochen mal verwendest, gerade dann, wenn du trockene Haare hast, dann werden deine Haare dir auf jeden Fall Dankeschön sagen. Denn eine Haarmaske spendet wirklich richtig gut Feuchtigkeit. Aktuell entwickeln wir übrigens gerade eine niegelnagelneue feuchtigkeitsspendende Haarmaske mit unserer Marke Winsk. Und ich bin richtig froh, dass wir dieses Produkt bald, ich hoffe, in den nächsten zwei bis drei Monaten, launchen können. Ich verlinke euch allerdings jetzt schon mal andere feuchtigkeitsspendende Haarmasken unten in der Infobox, damit ihr auf jeden Fall ein gutes Produkt an der Hand habt, bis dieses Produkt hier rauskommt. Also Leute, keine oder schlechte Haarpflege können auf jeden Fall kontraproduktiv sein. Und gute Feuchtigkeitsspendende Haarpflegeprodukte sind einfach essentiell und können Abhilfe verschaffen bei trockenen Haaren. Dritter Grund für trockene Haare ist das Haare füllen. Zu viel Hitze oder zu starker Hitze macht deine Haare trocken, beziehungsweise trocknet deine Haare aus. Das ist Fakt. Heißt, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich morgens immer super schnell beeilen muss, wenig Zeit hat, aus der Dusche rausspringt und dann auch ganz schnell seine Haare trocknen möchte, mit dem Föhn dann die höchste Stufe nimmt und dann seine Haare trocken föhnt, ich kann dir sagen, das ist definitiv kontraproduktiv. Wenn du nicht auf den Föhn verzichten willst, dann solltest du auf jeden Fall folgende Punkte beachten. A, definitiv nicht zu heiß föhnen, ja, also einfach auf eine niedrige Stufe stellen, einen Hitzeschutzspray verwenden und den Föhn auf jeden Fall so circa 20 cm vom Kopf entfernt halten. Ganz wichtig auch noch beim Föhn, föhnt einfach von oben nach unten, vom Kopf herunter, also von der Kopfhaut entlang, somit strapaziert ihr nicht nur noch die Kopfhaut extra und ganz wichtig, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, auf den Föhn zu verzichten, lasst eure Haare einfach an der Luft trocknen. Das gleiche Problem mit der Hitze haben wir logischerweise natürlich auch beim Haareglätten. Haareglätten ist Fluch und Segen zugleich, kann man so sagen, wenn man natürlich seine Haare einfach mal schön geglättet haben möchtet, dann funktioniert das natürlich mit dem Glätteisen perfekt. Aber, wenn die Haare natürlich so direkt auf dem Glätteisen, auf diesem beschichteten Eisen aufliegen, das ist ja super heiß, das überstrapaziert eure Haare natürlich extrem und dadurch trocknen eure Haare auch sehr schnell aus. Heißt, wenn du gar nicht auf dein Glätteisen verzichten möchtest, dann versuch auf jeden Fall einen Hitzeschutzspray zu verwenden, nicht auf die höchste Stufe das Ganze zu machen und versuch auch nicht tagtäglich deine Haare zu glätten. Wenn du das nämlich machst, also tagtäglich deine Haare glättest, dann gehen deine Haare einfach Step by Step kaputt. Ich kann da ein Lied von singen, ich habe das damals auch gemacht. Von daher, mach das bitte nicht. Und wenn du deine Haare trotzdem unbedingt glätten möchtest, ja, dann denk dran, Hitzeschutzspray, Haaröl und ein gutes Glätteisen ist absolut Pflicht. Zu heißes Wasser trocknet übrigens die Haare auch aus. Heißt, wenn du zum Beispiel sehr lange und sehr heiß duscht, ja, dann ist das auch kontraproduktiv und das trocknet die Haare ebenfalls aus. Und nicht nur das, wenn du sehr viel und sehr heißes Wasser an deinen Haaren, an deinen Kopf dran lässt, dann kann es auch sein, dass deine Kopfhaut austrocknet und es zu Irritationen kommt. Wenn du aber jemand bist, der absolut nicht kalt duschen kann, ja, dann gebe ich dir einen Tipp, versuch die Temperatur vielleicht ein bisschen zu reduzieren beim Haare waschen. Einfach auf lauwarm zu stellen. Und wenn du anschließend mit deinem Duschprogramm fertig bist, ja, dann kannst du zum Beispiel auch einfach deine Haare nochmal mit kaltem Wasser, also nur deine Haare mit kaltem Wasser nochmal abduschen. Denn dann schließt sich die angeraute Haaroberfläche und das tut deinen Haaren gut und somit läufst du nicht so schnell Gefahr, dass deine Haare so extrem austrocknen. Sechster Grund. Falsche Haarstylingprodukte. Wenn du jemand bist, der von Haus aus zum Beispiel wie ich trockene Haare hat oder zu trockenen Haaren neigt, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, was für Stylingprodukte du verwendest. Denn es gibt Stylingprodukte, die trocknen deine Haare zum Beispiel relativ schnell aus, wie zum Beispiel ein Haarpuder oder auch sehr viel Haarspray. Und sowas macht sie natürlich direkt bemerkbar und ist natürlich für trockene Haare kontraproduktiv. Deshalb achte einfach mal da drauf, was eigentlich in dem Haarstylingprodukt drin ist. Mach die Dymie und schau einfach mal auf die Inke-Liste, also auf die Inhaltsstoffe. Sind da auch Inhaltsstoffe drin, die meine Haare pflegen? Das wäre natürlich der Best Case. Du hast ein Haarstylingprodukt, welches deine Haare stylt und gleichzeitig pflegt. Und noch ein Pro-Tipp zum Schluss. Versucht euch auch mal an Nahrungsergänzungsmitteln. Da muss man natürlich auch rumprobieren, wie auch bei den Haarplegeprodukten und schauen, okay, was funktioniert für einen, was funktioniert nicht. Aber mit Nahrungsergänzungsmitteln könnt ihr auch noch mal dem ein bisschen entgegenwirken, wenn ihr zum Beispiel trockene Haare habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute ein bisschen weiterhelfen, gerade den Leuten, die zum Beispiel zu trockenen Haaren neigen. Und wenn ihr noch einen mega geilen Tipp habt, den ich hier gerade nicht gesagt habe in diesem Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich nämlich riesig, wenn unsere Community größer wird und wir uns auch gegenseitig helfen können. Also Leute, macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Haarpflege und drückt euch die Daumen, dass eure Haare nicht so schnell trocken werden. und drückt euch die Daumen.